Das ist eine, die gespalten wird. Das ist schon ein bisschen gebraucht, das ist ein bisschen gebraucht. Das ist ein bisschen gebraucht. Das ist ein bisschen gebraucht. Sondern mehr als eine, die gestaltend, manche meinen, das ist Malerei. Und das ist also so viel eingeblendet. Das ist irgendwie auch das, was ich suche. Also ich suche hier kein Abbild der Natur oder kein Abbild eines Ortes, wo ich dann sage, ach, das war ja da in Istanbul oder das war da in Irland. Und diese Stimmung, die man, diese Atmosphäre, diese Stimmung, die man da hoffentlich entdecken kann und die ich hoffe auch hervorzugt wird. Und deshalb ist das jetzt so eine Arbeit, die man dann zum Punkt bringt. Und jetzt ist das mal ein Bild erklären, was ich tun soll. Ah, haben Sie die Tränke? Ja. Das habe ich ja da schon gesucht, weil ich mir schon vorgestellt habe, dass ich mir so ein Bild habe. Das ist immer die Situation. Der ist auch so gedacht, dass er wirklich in einem Raum laufen kann und das nicht als Kino vorstellt. Es gibt natürlich, wenn man sich das auch vorstellt, als Kurzwege im Kino oder so. Natürlich könnte man das Ziel im Kino zeigen, aber eigentlich ist die Idee, dass es wie jedes Leben hingehen kann. Und jetzt werden wir woanderswACK才能estion sein, wo wir zurückkommen, dass wir in einem Sturmkeime jetzt eine Fotografie anschauen. In einem Sturmkeime hat sich die. In einem Sturmkeime hat sich das. As守. Wir haben das in der Gestaltung, die Fotografien hat die Anne alle selber inszeniert und bearbeitet. Und hier zum Beispiel kann man auch sehen, das ist also nicht nur die fotografische Seite, sondern dieser Farbnebel ist dann noch manuell mit Hand hinein. Also im Grunde hat auch dieser Arbeit Unikat Charakter. Es sind Dreierauflagen und Sie haben ja hier alle Arbeiten gesehen. Es ist nicht so leicht, alles auf einen Nenner zu bringen. Also eigentlich Ausgangspunkt zu dieser neuen Arbeit war die Thematik Schwerelosigkeit in verschiedenen Sportarten. Also ganz viele Sportarten beinhalten das ja sehr stark, dass man es vom Boden abhebt, indem man turnt oder ein Salto macht oder Ski springt oder ihm fällt wahrscheinlich selbst ganz viel dazu ein. Zum Beispiel auch beim Motorradfahren, wenn ich mich in die Kurve lege und die Zentrifugalkraft ganz arg spüre. Und so hat es angefangen, dass mich ein Motorradfahrer, also er hat mich nicht verfolgt, aber ich habe mich verfolgt gefühlt, er ist mir die ganze Zeit hinterher gefahren, nachts auf der Autobahn. Und ich dachte, das ist ein bisschen unheimlich. Ich sehe das Gesicht ja nicht, es reflektiert so stark, das Visier. Und das war so die initiale Arbeit zu diesem neuen Visier. Ich kann mich wissen und ich sehen, also es entwickelt sich. Können Sie denn schon von Ihrer Arbeit leben? Von einfach an, ja. Ja? Gut, kommen Sie bitte. Gut ist relativ, also ich kann mich nicht beschweren. Ja, gut. Dankeschön Frau Rosen. Bitte schön. Danke. Vielen Dank. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018